Das passt da nicht hin, mein Lord. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, mein Lord. Wir brauchen Holz, Sir. Das passt da nicht hin, mein Lord. Wir haben nicht genug Holz im Vorratslager. Ein gegnerischer Burkherr wurde befördert. Ja, jetzt aber. Hören mich abzuschießen? Was? Wo schieß ich denn? Beuteilert mich. Wo ist mein Ziel? Geh sich zurück, das wird dir nicht gefallen. Eieieieiei. Da geht kein Weg rein. Da geht kein Weg rein. Der Dieb macht sich auf den Weg. In den komischen Arbeiterpfutzes nicht durch die Torre durchgehen? Doch, die gehen da durch, glaube ich. Oder? Tun sie das? Ah ja, ja, jetzt können sie das auch. Ja, passt schon. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, mein Lord. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, mein Lord. Hm. Und ich wollte es immer mal ausprobieren, das probiere ich jetzt mal aus. Tunnelgraben? Was? Du hast echt einen Tunnelgraben? Ja, ich habe das noch nie ausprobiert. Also ich glaube, dass über die ganze Zeit funktioniert. Wie können wir dienen? Oh, stimmt, das ist eine gute Frage. Was? Wir haben gewonnen? Geht das jetzt? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wie lautet die Mission? Ja, Sire, genau nach Plan. Wieso ist der jetzt wieder weg? Oh, 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 oh. Hä? Ich habe extra keine Mangen gebaut, weil ich sonst das dann in den ganzen Mauern kaputt mache. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Sorry! Sorry! Braucht ihr etwas? Gehen los! Hä? Meine Königreich macht mich heiser. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Du bist disconnected. Du bist, du bist weg. Ich habe nicht disconnected. Weg. Warte auf Spieler. Loll. Ich habe dir angefangen, den Tunnel zu graben, auf einmal, auf einmal, alles kaputt gegangen. zackern. Und dann können wir mal hören. dass es einfach nicht nachher ist. Oder wenn man sich Pepitius noch verhalten hat,